Der Beamer von Epson ist ein 3-LCD-Beamer, der mit vielen Features überzeugen kann. Die Auflösung des Beamers liegt bei 3840 x 2160 Pixeln oder Ultra HD. Durch die 3000 Lumen und den Kontrastwert von 40.000 zu 1 können Anwender den Beamer auch in hellen Räumen verwenden. Die Lampen-Lebensdauer liegt bei 5000 Stunden etwa 208 Tage. Durch die innovative 3-LCD-Technik sollen natürliche, brillante und hellere Farben und tiefe Schwarztöne möglich sein. Durch die Plug-and-Play-Funktion können Verbraucher einfach ein Streaming-Gerät an die Rückseite des Projektors anschließen. Das Modell hat eine Bilddiagonale von 12,7 Metern, sodass Nutzer in den eigenen vier Wänden eine typische Kino-Atmosphäre erzeugen können. Die Frame-Interpolation liefert bei schnellen Aktionsszenen nach Herstellerangaben schärfere Bilder. Es gibt einen Audioanschluss über Bluetooth. Die Lens-Shift-Funktion des Beamers soll für optische Zooms und eine Trapezkorrektur sorgen. Das Modell ist entweder mit oder ohne Lautsprecher erhältlich. Im Lieferumfang befinden sich das Hauptgerät, ein Stromkabel, eine Fernbedienung inklusive Batterien und ein Benutzerhandbuch.